Was? Was ist denn drin? Servus, für Zeit, sagt Olli, Herr Ralf-Straubach. Grüß Sie an, für die große Garde. Und dann können wir eine Maske nehmen. Nein, ich glaube, es ist die beste Maske, die in der Mitte ist. Und alles kratzt, dann will ich aufgehen. Ja, ich glaube, es ist die beste Maske. Ja, ich glaube, es ist die beste Maske. Ja, ich glaube, es ist die beste Maske. Ja, ich glaube, es ist die beste Maske.